ARD Text im Auftrag von Funk Ja, oi So, Pascal, wo bist du? Irgendwo in der Pampa Ja, ich seh dich Den find ich nicht zu weit Ja, ja Toll, ich bin dein Spawner Noll Oh, nee, ey Ist ein Steinball Oh, ein großer Steinball So, ein Steinbind Hochbeugänglich kenn ich jetzt nicht Leil, wie komm ich denn jetzt hier? Ich kann mich daran erinnern, dass dieser Ist das so weh? Warum spürst du uns da drauf? Weniger dringender nachdenken Hä? 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 Hau mich nicht ab Du bist jetzt wieder hin So, okay. Wo wollen wir jetzt hingehen? Keine Ahnung. Ach nee. Was ist? Kann zurück, kann zurück. Aber ich wusste nicht, wo ich dir gesagt habe, du brauchst nicht hinterherkommen. Ach ja, stimmt. Was denkst du, wollen wir uns straight nach oben bauen? Ach nee. Alter, treffen wir ein Lava-Sedlern, sind wir am Arsch. Ja, aber was sollen wir sonst machen? Wir finden hier ja nicht mehr unseren Ausgang. Guck mal, und hier ist alles sogar noch unausgeleuchtet. Vielleicht finden wir ja hier noch einen Diamanten. Vorsicht, Lava-Loch. Ja. Und... Skelett. Immer da durch. Warte, what? Immer da durch, wo ich eben durchgegangen bin. Ja, ich folge dir. Ja, ich folge dir. So. Ach nein, hier bin ich eben erst lang gelaufen. Nein! Da waren wir gerade erst. Alter, ich bin dafür uns hochzugraben. Vergiss es, da drösst du eine Lavaader und dann bist du am Arsch. Ich habe einen Wassereimer und ich kann dir... Ach nee, ich kann ja keinen mehr machen. Alter, warte doch auf mich. Ich presch doch nicht so weit vor. Boah. Hast du denn jetzt Obsidian abgebaut? Äh, wie denn? Ich habe noch keine Diamantspitzhacke. Ah ja. Alter Lava, hier sind zwei Dias! Läuft. Sogar mehrere. Ero. Lass mich mal. Danke. Ich weiß aber nicht, ob du den jetzt aufgesammelt hast. Alter. So habe ich nicht. Oh. Oh. Alter, ich wäre beinahe im Naberloch gefallen. Alter, wir finden hier doch nicht mehr raus. Vorsicht. Wenn ich richtig fliege, habe ich einen Weg nach oben gefunden. Ja? Hm. Oder auch nicht. Ja, aber guck mal, so sind wir hier fast oben. Lass doch hier irgendwie, so weit wie es geht, nach oben gehen. Naja. Hallo. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Da geht ein Weg nach oben. Ich habe nicht mal. Oh nein. Lass mal da lang gehen und nicht nach unten. Ja. Lassen wir mal eisen. Ja. Creeper, Creeper. Ja. Guck mal, hier wo das Wasser runterkommt, ne? Ja. Geht nicht weit hoch. Warte mal ganz kurz, ich will mir nochmal eben schnell Pfeile machen. Äh, Pfeile. Äh. Ich mein, nochmal eben Fackeln. Ich hab auch noch Fächer. Ja, aber ich brauch ja auch Fächer. Es ist... Alter, zur Glück sind wir nicht von hier ausgegangen. Hier wurde es nochmal richtig verwinkelt. Alter. Ich seh da hinten. Oh! Ja. Ja. Nein, hier geht's wieder runter. Und sag das so. Alter. Ja. Ja. Alter, ich bin kurz... Okay. Hier aus, konnte man sich rein theoretisch hochkragen. Wo? Guckst du her? Ich glaube, ich hier bist du daher. Komm. Was? Was? Ja, Mann. Fack. Achso, aber okay, du griffst dich jetzt nach oben. Voll. Was ist? Wenn du dich an der gleichen Stelle an der Hochkrebs sind wir schon draußen. Alter, ich seh grad nichts. Hilfe! Ah, hallo. Ja. Tada, aber es ist wach. Alter, wow. Alter, wo sind wir denn hier? Nein. Wir werden geflutet. Was? Ja. Ja. Warte, ich nehme nochmal hier das Zuckerrohr mit. Ja, dazu müssen wir in diese Richtung. Ja? Okay. Ja.